So, Frau Köhler, jetzt werden wir mal sehen, wie es Ihnen geht, eine halbe Stunde nach der Operation. Geht es schon ein bisschen besser? Wird schon wieder. Wird schon besser, ja. Die Sprache ist auch schon ein bisschen flotter wieder. Gut, dann ziehen wir mal einen Schuh an, damit ich Ihnen gleich mal zeigen kann, wie das geht. Und dann werden wir nur die ersten Schritte machen. So, das können Sie nachher selber machen, aber jetzt mache ich Ihnen das noch. So, können Sie es sehen. So, der Fuß liegt hoch, damit er nicht anschwillt. So, zugeschnürt. So kann man das gut anpassen. Frau Köhler, jetzt machen wir die ersten Schritte. So, kommst mit. Kreislauf-Training. Genau. Nach der Operation. Eine Stunde ist jetzt hier. Machen Sie nicht zu große Schritte. Das geht schon. Sie dürfen den Fuß voll belasten. Es geht. Und tut nicht weh, gell? Nein. Tut nicht weh. Wunderbar. Das geht schon. Nein, du weh. Fast. Toll. Abi Ja! Interess Gall Bühne. utar ò